einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin mit einem neuen platin guide für euch werden demnächst viele kommen wir fangen jetzt mit diesen bowling balls an kosteten euro im store und wir müssen einfach nur die kugeln fangen und eine gewisse anzahl an punkten haben 3000 oder so ich gucke gleich mal nach die werden dann auch schneller erste trophäe rechnet jetzt vielleicht der schufel platin reicht nicht wir brauchen wie viel brauchen wir 5000 brauchen wir also nochmal ihr seht im prinzip ist es machbar da gibt es noch andere spiele die sind dann nicht so einfach machbar beim park kann man auch ich will mal sagen ein bisschen bescheißen macht das alles dann viel einfacher aber halt nicht bei allen von denen vier haben noch hier fehlt ich nehme mich mal ein bisschen zurück dass er vielleicht dass er dann ein bisschen besser wenn man davor sitzt direkt und die spiele die dann da zeigen werde die sind kosten alle in euro also 99 cent weil viele gefragt haben zeigt man noch ein paar wo man schnell platin machen kann ich muss ja noch mal hier vorne ich muss ja noch mal hier vorne ich muss ja noch mal hier vorne gibt es jetzt immer 100 für so einen ball man muss auch nicht direkt drunter sein und Ach, Mensch. Die letzten vier sind das also. Die letzten vier sind das also. Oh, nein. Also auf 200 haben wir uns schon ran getestet. Ich mache jetzt mit einem Analogstick. Ich habe vorher mit einem Steuerkreuz gemacht. Ich mache doch mit einem Steuerkreuz. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ist doch nicht. Und es fehlt praktisch halt 200 Punkte am Ende. Wir brauchen 5000 Punkte. Oh, nein. 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 Das war mein Problem. Ich bin jetzt gleich mal an Level 5. Man kann halt auch so ein bisschen tricksen. Ich will jetzt nochmal gucken. Wir haben hier da flexen. Gucken wie es so hättet. Wenn die Geschwindigkeit von Level 1 nicht nur 1, sondern auch bei Level 2 wäre. Und als Level 3 sichtet erhöhen würde, dann hätte ich es schon. Wie gesagt, wir sind schon so weit dran, dass 200 Punkte nur fehlen. Okay. 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 Das haben wir, denke ich. Und wir haben Platin. So einfach ist das. 1 Euro, also 99 Cent im Store. Ich packe euch den Link dazu in die Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.